Und das sind... na... ...ich weiß jetzt nicht... ...wie stark Dingens ist... ...also küsst das Haut auf jeden Fall schnell... ...so... ...du hast ja jetzt Rauben drin... ...das ist besonders drauf zu werden... ...Mega-Pille geschlolten... ...woah wie geil ist das denn... ...das lohnt sich ja richtig... ...woah ob's noch mal den... ...Mega-Pille kostet normalerweise 1000... ...wie geil ist das denn... ...und eine Potion geklauert... ...Schlaf auf... ...Nein... ...ich wiss ich, du siehst als nächstes dran... ...das ist gemein... ...bauben wir nochmal... ...da gab's nichts zu... ...und hier soweit hab ich... ...ichst du... ...statt... ...zu rauben... ...macht die dabei auch noch Schaden... ...hab ich jetzt überhaupt nicht so vergerade... ...ob's die dabei auch noch Schaden... ...macht... ...und hierbei noch Schaden... ...macht... ...denn kann ich das Ding... ...äugig... ...XL eigentlich lassen... ...und... ...und... ...unter... ...ich hab's hier keinen Bock... ...alles zu durchsuchen... ...das... ...ich mich grads fertig machen... ...äig... ...ich möchte die da rausholen... Oh, mal kurz gucken, ob meine Tonaufnahme noch läuft. Ja, sie läuft noch. Fünfte Etage, ich kann wieder nicht hier rum. Und wieder Geld gekriegt. Okay, ich verstehe es jetzt gerade nicht. Zwar nicht ganz rum, weil ich nur noch Geld kriege, aber egal. So. So, ich muss noch in die Räume reingucken. Fuck, egal, wenn ich da oben irgendwas verpasst habe, ist es mir gerade mal sch... ...sch... schnuppern in der raum ist zu ich muss doch an die räume reingucken wo auch wenn das zu geiles hier wer kommt da du kommst da und das kein thema wenn es mal aufpassen macht auch schaden gleichzeitig wie geil ist das denn das heißt ich kann das ruhig machen ich habe es gesagt die machen stattdessen dann keinen schaden er macht ja trotzdem noch schaden also hätte ich das wohl ich den jetzt lassen können egal egal ob du die schaffee geschlagen ist schaden machst du trotzdem du hast die sirenen mit drin nicht schieber ich hätte sie vielleicht doch in lieber schieber wieder hereintun sollen egal ach fachig endlich zauber blitz zauber moment noch hat sich schon erledigt gut aber kann ich das raum doch zähl lassen trost alles karte und weiter nach unten da ist das gerade zu geil ich kann nicht offen zu spielen scheiße es ist zu geil was die fach nein nicht schon wieder ihr entkommt uns nicht ja ich entkomm euch wohl umo das wenn ihr weit länger dauern die sirene noch mal diabolos das ist aber schon sehr viel raubt mal eine Runde eine potion geklaut schlaf nein ich bin doch aufs selfie ach nee mitten in der beschwörung ein gepennt was das denn guck mal was der so hat diebstahl fehlgeschlagen bist du weißt es kommt sirene und wie haut der eigentlich zu naja und es lag gerade ohne hände warum lag das so fängt man für sie gerade irgendwann was zu machen was er nicht soll nein eigentlich nicht und es ist auch um alle auszulöschen Ich bin schon mal im Kran Was ist Hütte? Wo muss ich noch eins hören? Wo bin ich jetzt? Scheinbar hier! Äh... Geht's hier raus? Oder? Keine Ahnung! Wow, Leute! Das ist gerade zu geil und ich habe das Gefühl, dass es vielleicht kommt ein Bosskampf! Ja! Wir sind draußen! Gefangen! Wer ist untersagt? WTF? 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 Zauber... Blitzrock Zauber... Blitzrock $2 $water $7 $200 $1000 $300 $1 $3 $900 $900 $500 $%��� bi Gut. Das war gut. Das war tatsächlich ein Bosskamp. Meine Vögel ist wieder gleich Schrauben wiedergekriegt. So.